Grüß Gott, ich will mein Kaufverhalten Video machen. Ich war diesmal wieder ein bisschen schleißig und habe die... also ich habe es zwar aufgeschrieben, aber noch nicht zusammengerechnet. Deswegen schreibe ich euch das wieder in die Infobox. Und wir fangen mit die Sachen an, die ich mir noch gekauft habe. Wie immer. Und dann reden wir ein bisschen über mein Kaufverhalten. Ein bisschen halt. Also ich habe mir auf jeden Fall die zwei Balea Masken gekauft. Ich weiß, es klingt wieder wie ein Haul. So sehen die aus. Ich habe die nicht in ein Haul herzeigen können, weil zwei Masken, wegen dem mache ich kein Video. Beim Müller habe ich mir und meiner Mom, meine Mama zwei, ich habe zwei, die Kirschemaske nochmal mitgenommen. Dann, weil ich mir Wimpern aufkleben wollte, habe ich mir Wimpern geleistet. Mal wieder, noch lange. Und die werde ich dann vielleicht auf der Weihnachtsfeier auch tragen. Die sehen so aus. Und den Duo Wimpernkleber habe ich mir auch gekauft. Ich habe aber das Gefühl, dass der flüssiger ist als damals. Aber ich bin mir nicht sicher. Dann habe ich mir noch gekauft. Die wollte ich unbedingt im Kaufverhalten Video herzeigen, weil da bin ich ein bisschen ausgeartet. Die haben... also jeweils ein Stück haben 5 Euro gekostet. Und für beide habe ich natürlich 10 bezahlt. Ja, das Peeling gibt es ja nicht mehr. Und darüber bin ich wirklich sehr traurig. Ich habe im Aufgebrauchts Video auch ein bisschen darüber schon gesprochen. Ich war auch kurz davor, mir das Lavendel mitzunehmen, obwohl ich Lavendel nicht mehr so mag. Wisst ihr ja auch von meinem Fußpeeling her. Und Gott sei Dank hat meine Freundin mich gestoppt und hat gesagt, nein, das brauchst du nicht. Lasse es. Wenn du es eh nicht magst, für was willst du das kaufen? Sie hatte auch recht. Sie ist so eine Bremse für mich, so wie meine andere Freundin. Die bremsen mich ein bisschen, weil früher... Ihr kennt die Videos von früher. Früher war ich schlimmer. Und ich finde auch diesen Monat gar nicht so schlimm. Also ich bin gespannt, was für eine Summe da rauskommt. Moment kurz. Aber so schlimm ist es nicht, weil im November war ich nicht beim TikiMax. Im November habe ich mir gedacht, nein, du machst eine TikiMax Pause, weil du warst eh jetzt die paar Monate hintereinander. Und deswegen, ja, ich war im November nicht im TikiMax. Nein, mir ist es voll abgegangen. Ich habe es voll vermisst. Ich hoffe, da gab es nichts gescheites. Weil das Problem ist, dass jetzt mein Duft, den ich unbedingt haben wollte, den gibt es immer mehr. Und ich glaube, dass er in der Zeit, wo ich jetzt nicht dort war, reduziert war. Aber egal. Ich habe eh zigtausend an, darum das geht es nicht. Aber ich ärgere mich halt ein bisschen. Das ist halt dieses Shopping-Shea. Das macht halt so... Ja. Aber sonst, finde ich, war ich brav. Es ist natürlich wieder über meine 50 Euro drüber, logischerweise. Aber ich war brav. Ja. Äh, deswegen nochmal zurück zu diesem Peeling. Ähm, ich finde das echt, echt schade, dass die die auflassen haben. Ich habe jetzt ein anderes Peeling, das ich jetzt unbedingt noch aufbrauchen will, weil ich das jahrelang in der Dusche stehen habe. Und das schon so lange dort stehen habe. Und mich wundert, dass es nicht schon längst kippt ist. Ja. Aber ich bin echt traurig, dass sie dieses Peeling ausgenommen haben. Ich habe mir jetzt zweimal das Vanille mitgenommen, weil es kein anderes mehr gab. Ich wollte noch in anderen Shops schauen, aber ich hatte einfach keine Zeit. Das ärgert mich eh voll, weil ich hätte noch gern andere Sorten gehabt. Ja. Aber was soll's. Kann man nichts dran ändern. Ich muss halt dann wieder nach einer Satz suchen. Und das ist das, was mich nervt. Weil das, was ich jetzt habe, das gefällt mir auch, was ich jetzt in Benutzung habe. Das ist aber von Soap & Glory und das gibt es auch nicht mehr. Ja. Ich brauche aber ein richtig grobes Peeling in letzter Zeit. Ich mag das nicht, wenn das so fein ist wie diese Dusch-Peeling von dem. Im Sommer okay, aber im Winter reicht mir das einfach nicht. Kommen wir zum Kaufverhalten an sich. Da habe ich gar nichts hingeschrieben, sehe ich gerade. Ich finde, im November habe ich mich wirklich sehr zusammengerissen. Wirklich zusammengerissen. Was mich selber ein bisschen wundert. Aber ich war ja auch beim Müller einkaufen. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, wenn du jetzt beim Müller-Spark warst, kaufst du nichts beim Tiki-Max. Dieser Monat war wirklich hart für mich, nicht zum Tiki-Max zu gehen. Wirklich hart für mich. Weil ich habe ja oft meinen Opa besucht im Spital. Ich glaube, das war ja schon im November, oder? Ich glaube schon. Und da war immer Maria-Hilfer-Straße sehr, sehr nah und ja. Ich habe mich aber immer zusammenreißen können und bin nicht hingegangen. Aber ich war ja vor kurzem mit meinem Freund und jetzt will ich wieder hinfahren. Und zwar alleine. Also das will ich auf jeden Fall machen noch. Unbedingt. Weil ich noch wissen will, was es noch dort gibt. Aber das mache ich dann an meinem langen Wochenende. Ja. Ich finde, ich habe mich schon zusammengerissen. Im Dezember ist bis jetzt auch noch nicht wirklich was dazukommen. Nur das, was ich halt brauche. Also ich werde jetzt nicht meine Kaffeekapseln oder so aufschreiben, die ich beim Müller kaufe. Oder meine Einwegwaschlappen. Das werde ich auch nicht aufschreiben. Weil das sind Sachen, die ich halt aufbrauche und jedes Mal benutze. Also so speziell habe ich mir noch nichts gekauft. Nein. Weil den Tiki-Max habt ihr ja eh schon gesehen. Weil der ist ja auch schon November. Nein, Blödsinn. Das ist Dezember. Hm. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ich klinge auch verwirrt, oder? Ja. Aber ich finde, im November habe ich mich sehr zusammengerissen. Es ist auch nicht mehr viel dazukommen. Ich meine, die zwei Peelings gibt es ja dann nicht mehr. Die Masken wollte ich unbedingt probieren. Ihr wisst ja, ich bin ein Masken-Junkie. Die mochte ich eigentlich nicht. Das war jetzt ein Nostalgie-Kauf. Die hätte ich mir nicht unbedingt kaufen müssen. Aber ja, ich wollte die unbedingt trotzdem nochmal haben. Also da muss ich zugeben, das war unnötig, die Masken. Aber die nicht. Weil die sind ja neu und die sind limitiert. Und ich will die unbedingt probieren. Und ich habe meiner Mama auch zwei mitgebracht. Also ich denke auch immer an meine Mama auch. Das finde ich jetzt auch vollkommen okay. Wimpern und Wimpern-Kleber. Gibt es nichts Negatives. Ich habe sie auch gleich benutzt, wie ich sie gekauft habe. Und ich finde die beiden Sachen auch okay. Meine zwei Peelings. Aber ihr könnt mir gerne mal schreiben, wie ihr die Sache findet. Ob ihr das auch okay findet. Oder ob ihr sagen würdet, nein, die Sache hättest du doch nicht kaufen brauchen oder sonst irgendwas. Ich bin stolz auf mich. Ihr habt ja auch den Müller-Hall gesehen. Da habe ich auch nur Sachen gekauft. Von Black Friday war es der Müller-Hall. Wo ich halt mir gedacht habe, okay, die Sachen brauchst du. Wenn es schon minus 20 Prozent sind, dann okay. Ich habe da auch viel Geld ausgeben. Ich sage ja nicht, dass es nicht so ist. Aber es war im Rahmen der Normalität. Also wenn ich jetzt sagen würde, bzw. wenn mich jemand fragen würde, wie viel ich monatlich für Sachen ausgib, die ich brauche, abgesehen von dem jetzt, würde ich schon sagen, 50 Euro Grenze reicht, wenn der Tiki Max nicht wäre. Tiki Max bricht mir immer mein Genick. Aber das ist so eine kleine Phase halt. Ich glaube, das wird auch wieder vergehen. Ich hatte ja auch diese riesengroße Fouché-Kauf-Phase, die ja auch schon wieder vorbei ist. Also ja, es wird besser, finde ich. Also November, da kann ich mich wirklich nicht beschweren. November, ich bin stolz auf mich. November war ich wirklich sehr, sehr brav. Ja, ich bin zufrieden mit mir. Ich will jetzt auch gar nicht mehr weiter darüber diskutieren. Ich bin zufrieden mit mir. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, was ihr dazu sagt, zu dem Kaufverhalten. Und schauen wir mal, wie es im Dezember ist. Einen Tiki Max halt brauche ich ja nicht dazu rechnen, weil der Jan in mir bezahlt hat. Deswegen will ich nochmal zum Tiki Max gehen. Dass mein Freund sein wird, wenn er mich schwankt. Nee, er schlägt mir nicht gerne, Sorge. Aber wenn er das sieht, wird er sich sicher denken, hätte ich bloß den Haul nicht bezahlt. Aber ich will nochmal gucken. Weil letztes Mal war ich sehr unzufrieden mit den Sachen, die es dort gegeben hat. Und da war auch sehr großes Chaos. Ja. Ja, das war es jetzt eigentlich mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Lasst mir gerne einen Kommentar da. Und ja. Das heißt, wir sehen uns dann im nächsten Video. Und ihr könnt mir mal schreiben, was ihr euch gekauft habt. Wo ihr euch gedacht habt, das hätte ich mir nicht unbedingt kaufen brauchen. Das könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye! Bye!